hallo und herzlich willkommen bei GTA ja im letzten Part haben wir so ziemlich den größten Mist gemacht den es überhaupt hier gibt muss ich mal sagen ja und vielleicht schaffen wir das machst du mich an machst du mich an ich sagte machst du mich an na gut mal gucken ob wir es heute schaffen meine Mission zu machen weil dieser Penner ist ja nie da wie kann ich denn jetzt wo ist denn der gute da muss ich noch ein bisschen nein das muss ich mal mit der Maus machen weil ich kann mit der jetzt mit mit dem Controller spielen ich habe Joy2Key mir installiert und ich hoffe das klappt ich habe allerdings ein Problem ich konnte mit also der rechte stick kann nur seitwärts weiter alter 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 ich muss mich erst an die Steuerung gewöhnt ist auf jeden Fall kann der rechte stick wirklich nur nach links und rechts gehen nach oben oder ja die Empfindlichkeit muss ich noch ein bisschen besser einstellen das ist ein bisschen grob ich habe ein Glas Wein schalte nein auf jeden Fall kann man mit Joy2Key ja alles auf einen alter fahr doch mal geradeaus du spiel gleich wieder mit der Tastatur auf jeden Fall kann man da die komplette Steuerung von auf jeden Fall kann man da die komplette Steuerung von Tastatur und Maus auf nach oben geht es gar nicht da reagiert er irgendwie nicht das scheint irgendwie kaputt zu sein deswegen habe ich das auf die Schultertasten gelegt dass ich auf links nach oben und auf rechts nach unten gucke geil ne naja man muss irgendwie sich zu helfen wissen und mal gucken wie das ich kann nicht fahren kein Thema guck mal ich habe jetzt Schwierigkeiten mit der Steuerung aber was soll denn passieren wenn da irgendwo so ein Polizisten ankommt das geht gar nicht das geht gar nicht mit diesen Wagen naja ich hatte auch als ich das getestet habe auch mit anderen Autoschwierigkeiten ähm oh wir müssen da lang und wie gesagt ich muss mich an diese Controllersteuerung gewöhnen eventuell muss ich dann auch bei Joy2Key noch Papp Verbesserungen machen weil alter ich steig gleich wieder auf äh Tastatur und das geht nicht so sei jetzt bitte da wenn du nicht da bist ne ich ich leg dein Haus auseinander endlich Halleluja hier hier ist er Nico Belek Nico hier sind meine zwei Brüder naja ich meine Brüder die zwei die sind Derrick und Gerald Hi Derrick hat gerade zurück in der Familie nach einem guten Tag in der alten Land in der Strache ähnlich wie du ich hätte gedacht Und Jerry Jerry ist der Mann und du erinnerst michael St. Michael Ja 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 Es ist schön zu treffen Nico Nico ist ein Traum Ich habe ihn mit dem in der Familie was du wissen was ich weiß er er nicht gut das ist gut für mich er ist gut Jerry war ich zu sprechen nicht zu den der sagen nicht Eltern sind aus Entschuldigung machen 15 Jahre ein amp J Wer ist so dum? Er hat die Tattoo-Name auf seinen Arm. Wenn es ein Problem gibt, werde ich gehen. Keine Probleme. Ich habe andere Möglichkeiten für Geld. Keine Probleme. Jerry mag nur denken, dass er besser über alles weiß. Das ist warum er schon drei Mal hat, und trotzdem will er nicht sagen, dass er lebt. Keine Probleme. Ich lasse euch an. Keine Probleme. Packy, take care of Derrick. Er ist weg. Und du? Nicht persönlich, aber nicht mit meiner Familie. Oder ich werde mit deiner. Glaub mir, äh, ne Kugel, ne Bleikugel ist schneller in deinem Kopf, als du zählen kannst. Äh, als du bis zu zweit eher zählen kannst. So. Ja, ich habe hier ein spezielles Auto. Ich habe hier ein spezielles... Ja. Ja. Durch. Ihr wollt meinen Wagen nicht? Hallo, das ist der schönste Wagen, den es hier gibt. Es ist der schönste Wagen. Es ist der schönste Wagen. Es ist der schönste Wagen. Hey, du kannst das nicht machen. Nimm ihn doch. Och, Mann. Ähm. Wie gesagt, ich muss mich daran noch gewöhnen und muss noch Einstellungen machen und... Pi-pa-po. Oh, ich sollte aufpassen, dass ich nicht meine Komplizen wieder alle tot fahre. Wird heute ne lustige Folge, muss ich sagen. Oh Gott, ey. Naja, wenigstens ist das Handling des Wagens ein bisschen besser. Oh. Hier geht's wie die blöde geht. Wir gehen in, und alle nehmen einen Sicherheitsantrag. Ich und St. Michael hier werden die St. Michael hier... ...wenn ich den St. Michael hier... ...wenn Nico und Derrick... ...wenn ich die Wagen. Wenn jemand jemanden probiert... ...wenn du sie stark machen... ...wenn die Situation wurde kontrolliert... ...derrick wird die Türbaut mit Explosiven. Ich habe genug P.E.4 hier... ...wenn ich alles zu machen. P.E.4? Ich habe das nie gehört. Es ist ein Limey-Name für C.4... ...die Derrick hier... ...pick auf da. Ich habe keine Argumenten mit dir, Patrick. Es ist sicher, dass wir die St. Michael hier nutzen... ...wenn ich die Türbaut mit einer Türbauten... ...zurebauten. Sie werden nicht mehr Residue... ...zurebauten, also... ...zurebauten, also... ...zurebauten. Sie werden wahrscheinlich... ...zurebauten. Ich kann es noch nicht... ...zurebauten, was ich mich... ...zurebauten, wenn ich... ...zurebauten, einen Satz-Node... ...zurebauten, Patrick. ...zurebauten. Es ist P.E.4. Das ist C.4. ...Wwhatever. ...Altest bin ich ehrlich mit meinen Gehäbauten, Derrick. ...Wenn du nichts über nichts, Patrick. Ich bin ehrlich mit meinen Demons. ...Hit die kniebe auf die olle Hände, dann, derrick? ...Eine Moten ist, ...Hit die kniebe auf die Hände, Packy. ...Wenn ich wirklich, Michael? ...Wenn ich nicht das wissen? Jerry war richtig mit euch, Michael. Deine Eltern hat sich ja auch ein Kind... ...er Kind aus als Kind zu verraten. Ich habe doch drei Eien, keine Bälle... Dankeschön. Alter, Alter, Alter. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss mit diesem Wagen zu fahren. Ich glaube... Alter, ich nehme gleich wirklich die Tastatur nochmal und dann muss ich das nochmal neu einstellen. Aber ich will halt wegen den Nahkampfsachen das nochmal testen hier. Wollte ich halt in diesem Part ein bisschen testen. Da sieht er mal, wie schlecht man fahren kann mit Controller. Ich bin halt ein richtiger Maus- und Tastaturspiegler. So. Warte, warte, warte. So. Mal gucken, ob das klappt. Mal gucken, ob das klappt. Okay, warte, warte, ich habe es. Get on the floor. Now. But, Sir. You too. Okay, okay. You too. Deny a band. You too. So. Okay. 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 Wie geht der denn? Hat der in der Hose geschissen? Wenn du deine Hose gehst, dann erzähl mir, was zu tun. Ich werde dir, was zu tun, was zu tun. Wenn du die Hose von der Bolivien auf deinen Hose schien. Motherfucker! Fuck! Wir können uns nicht machen, was zu tun! Shit! Michael! St. Michael! Fuckin' Shit! Get the money! Und ich und mein Bruder füge die Kinder. Ja, oh nein, 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 nein. Ich hol das Money. Ja, ja. Pass auf, ich hab das Geld und dann kommt das komplette SWAT Team. Ja, er geht da raus, als ob da... ob... Nein, haben wir jetzt endlich mal 6 Sterne geschafft? Nein, es kommt auf, ich hab das gemacht. Alles, es muss hinzu! Es geht kurz! Los gehts! Los geht's! Los geht's! Los geht's, wir können uns nicht auf die Kraft! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Alter, ich kann damit... Einen Moment mal. Ich kann damit nicht ziehen, das ist echt kacke. So. Dann wollen wir mal umsteigen. So. So. Was will ich tun da hinten? Knie nieder, sagte ich. Knie nieder. Ich mach den Weg frei. Na los. Geht nicht. Wie scheiße ist das denn? Was? Ich hab die doch nicht im Stich gelassen. La 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 la. La la la. La la la. Bis zum nächsten Mal.